Slow and steady. Slow and steady. Wir haben uns doch gesagt, dass wir uns aufteilen. Geht doch ein bisschen breiter. So groß ist das doch gar nicht. Mein Gott, die stellen sich an. Das sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, da kommen die Zomberonis. Oh shit. Uh oh. Das ist zu wenig zu tun. Wir bleiben einfach aus und wir werden gut. Hey! Motherfucker! Shit, er wird ihn töten! Kenny! Geh zurück hier, du Scheiße! Wir sollten dich nicht rennen lassen, du Scheiße! Nein! Kenny, nicht rennen! Ja, sie haben es geschafft. Oh oh. 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 Deine riesend. Ich denke, ihn rigtig. Vielleicht ist es, glaube ich, besser. Warum geht die denn nach vorne? Die fallen jetzt beide. Wie kann man nur so... Er ist ein Bonny, nicht? Oh, ups. Da ist er doch. Oh, ja. Der sieht nicht mehr gut aus. Oh, fuck. Es ist okay, ich habe dich. Ich habe dich. Komm, komm. Komm, du bist okay. Geh, in das Haus. Wir brauchen ein Feuer. Oh, fuck. Sie wird tot. Warum geht denn Bonnie dahin? Der hat doch gesagt, lass mir ein bisschen Zeit. Es ist ja nicht so, dass es direkt kaputt gegangen wäre. Weil die da hingegangen ist, ist das nochmal kaputt gegangen. Ja, mein Gott. Ja, also. Schau mal, wie der guckt, ja. 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 Die Augen. Es war zu dünn. Ich habe nur... Ich habe nur... Es war, dass ich angefangen, zu gehen. Es gab nichts, was wir von uns tun können. Du könntest... Ja, du könntest ihm helfen. Ich habe nichts mehr. Ja, das wurde mir nicht so weitgehört. Das ist doch etwas zu dir. Du, alter goingge, hole dich. Das ist deine causedin! Kenny! Nein, Mann! Nein, nein! Nein, was? Es ist niemandem causedin. Der Cap. Ja, ist das jetzt. Er ist ohne was. Das ist verrückt. Warum? Weil deiner Freund hier hier schadet ein Fusspack? Er ist nur ein schraubter Kind. Das ist nicht auf ihm. Look at this place. Just a stack of fucking toothpicks. Beto's magical supplies are bullshit too. What? No speaking of English? Fuck you. You fucking commie piece of shit, Kenny. Fuck you. Yeah, okay. Das ist jetzt so ein bisschen... Kenny ja auch. What the fuck, Kenny? Stop it! Ein, zwei Mal ist okay, aber da muss den ja jetzt nicht, ne? Schon ein bisschen übertrieben. Gib das auf uns, Harry. Okay, das war jetzt voll assi. What did you do to him? There's another just like it. He wasn't lying. Okay. You wanna tell me how a can of fucking chili is gonna help me? How is beating a kid to death gonna help anyone? This is your fault. And you damn well know it. Warum ist das denn jetzt seine Schuld? Hä? I'm tying him up. Fine. Mike, call me in Firestone. Mike, call me in Firestone. Are you okay? He turned real bad. Mike! Yeah. Yeah, okay. You got a light? I thought I had matches. You got a captain. Okay. Sollen sie einfach wegschmeißen? Natürlich behalte ich das. Würde das denn überhaupt gehen? Mit nem... Mit ner... Nagel... Pfeile... Äh... Na... Flint? Wie hießen das nochmal? Feuerstein? You're not speaking English. Sch-sch-sch-sch... Sch-sch-sch... Äh... Na jaaa... Let me take a look at you, kid. Jesus. He could've killed you. What the fuck is wrong with him? You're up. Kenny's out back trying to get some stupid... Truck started. Das kann er gut. Truck ist zum Laufen wollen. You should eat something. You okay? Thank you. I can't believe he's gone. I've lost people before, but... It just hasn't felt this... This shitty in a while. He cared about you too, Jane. I know he did. God damn it. I shouldn't have come back. I knew this would happen. I knew it. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. He's gone. I'll find something to clean it up. Gib mir nur eine Minute. Ja, ich will doch mal was essen, ein bisschen Ruhe, chillen. Was soll denn passieren, soll uns Kenny jetzt umbringen oder was? Gator Turf. Hm, da hätte Arvo nicht schlagen sollen. Ich weiß, ich weiß, Clem, aber Luke... Ich weiß nicht, aber du kannst das nicht. Jesus, Clem, du kennst mich. Du kennst mich nicht so. Du hast Angst, mich. Du hast Angst, alle von uns, Kenny. Es wird wieder passieren. Das ist ein Verzicht. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob der Fahrzeug gehen wird. Mein Vater hatte immer eine halbe Zolle Rechte, die er sich befestigte. Sie macht es einem nicht leicht, sie zu mögen. Wir sind alle müde. Ich habe mich befestigte. Ich bin so hart, seit zwei Jahren. Gut, mach es ein Verzicht. Wir sind so nah dran, Clem. Mit ein wenig Glück, kann ich das Ding laufen. Und dann können wir raus auf die Straße gehen und wirklich ein bisschen Distanz machen. Wellington muss da sein. Diese Ruhörer können nicht alle Bunker sein. Ich meine, es muss hier draußen sein, außer Schnee und Euro-Trasch. Das ist so mit mir. Wir werden es machen, Clem. Ich weiß es. Und so. Da muss doch irgendwas dran sein. Okay, schau es wieder. Also in Mexiko, weil da eine Post kommt. Ja. Gott verdammt. Wir bringen ihn schon zum Laufen. Wir werden es arbeiten. Wir müssen gehen, wenn wir AJ leben lassen. Wir sind aus der Zeit. Ich muss das Ding anfangen. Hm. Es ist der Titel von der Visiko. Ich werde versuchen, den Batterie zu verärmen. Geh in rein. Ich mag nicht, ihn mit der Mädchen zu verlassen. Wir sind aus der Zeit. Und wie fahren wir damit? Mit dem Bagger 200 JT noch. Mit dem Bagger 200 JT noch. Er wollte nachsehen, wie sie geht. Ich wollte nur sehen, wie du warst. Wie denkst du? Ich würde mal denken. Fuck you. Fuck you. Du warst so dumm und gehst zu dem hin. Was denn? Dann weiß ich beide, was da vorhin passiert ist. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hätte ich als elfjähriges Mädchen den da rausziehen können? Ja, fuck you, Bonnie. Du seh, ne blöde Kuh. Er hätte es von alleine vielleicht, hätte er die besten Chancen gehabt, wenn die Zombies abknallen können. Dann hätte er ganz langsam nach vorne und 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 und. Aber nein, hey, ich bin Bonnie, wieg 100 Kilo und muss erst mal straight zu dem hin, wo alles kaputt ist. Eine sehr gute Idee. Mike und Arvo würden nicht aufhören, also habe ich ihn hier verliebt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe das gesehen, wie ich es vorher gesehen habe. Scheiße, Scheiße. Oh, Scheiße. Alles wird gut. Mein Gott, übertreibt man. Ich hätte zwei, drei Fäuste gegeben. Ja, mein Gott. Ich weiß, Kenny ist ein schöner Typ, Clem. Ich hoffe, Carver war ein schöner Typ auch. Mal. Wahrscheinlich hatte er einen schönen Job, einen schönen Rundfunk. Schon wieder. Kaum sind wir mit der alleine. Und einen Tag kam er in ein paar Kinderfälle und wusste, dass er am Nachts schlafen könnte. Kenny ist nicht Carver. Kenny ist nicht Carver. Er hat nur ein Fehler gemacht. All das ich sage, ist, beginnst zu denken, was passiert, wenn du falsch bist. Gott sei Dank. Ich glaube, es braucht Essen oder etwas. Ich glaube, es ist, wenn du das gemacht hast. Ehh, es läuft in den Kommentaren. Sie mussten es versuchen, stimmt? Sie mussten es versuchen, richtig? Ja, Jane. Hättest du das Auto reparieren können? Du hättest immer nur über jeden meckern können. Der ist hoch, der ist hoch. Wir müssen einen Ort für das Baby finden. Wir müssen ein Ort für das Baby finden. Ja, ein Ort für das Baby. Ich verstehe. Wir müssen zurück zurück. Wir werden nur noch schlimmer werden. Wir sind so weit. Wir sind nicht so weit. Ich bin mit Kenny. Wir müssen nach vorne gehen. Du verdammt richtig. Du verdammt richtig. Du verdammt richtig. Du verdammt richtig. Ja. Du verdammt richtig. Du verdammt richtig. Nein, du verdammt richtig. Du verdammt richtig. Ich werde hier nicht sterben, wenn du dich nicht aufhörst, Kenny. Haben wir nicht genug genug für einen Tag? Jesus Christus. Erinnerst du das letzte Mal, als wir ein Fahrzeuger hatten und auf unseren Scheinen standen waren, Clem? Ich gehe rein. Verdammt! Kenny, sie nicht zu hören! Komm, wir schlafen eine Nacht drüber. Die versuchen 100 pro... Die versuchen 100 pro irgendwas zu machen. Entweder wollen die den Truck klauen oder rauben uns aus und hauen ab oder so. Irgendwas. Ja, irgendwas. Gott, verdammt! Das dumm, verdammt! Geh raus! Das ist mir! Clem. Entschuldigung, nur... Gib mir einen Moment. Verstehe die Tür. Kannst du glauben, Clem? Ich bringe ihnen eine Arbeitskarte. Und sie schlafen, wie ich nur schlafen in ihre Serial. Ich wusste, dass Jane eine Schlafen hat, aber ich dachte, dass Mike hat mehr Sinn. Er ist ein wirklicher Verzweck. Sie sind Angst von dir, Kenny. Ja, ihre große Planung ist, um sich in den Wald zu gehen. Sie sollten sie mehr Angst haben, als ich. Hast du mich gehört? Wir alle Angst. Schau, wir haben vielleicht ein paar Tage für diesen Kinden. Das ist es. Clem. Denk an Rebecca und Alvin. Ich meine, was, wenn Lee nicht über die Hälfte von Georgia ausgerufen hat, um dich zu suchen? Viele Leute sterben, um das zu tun zu machen. Viele Leute sterben, um uns so weit zu bringen. Wir bezahlen es ihnen, um das zu tun zu sehen. Ich weiß, du hast recht. Sie sollte die Gruppe zusammenhalten. Sie sollte die Gruppe zusammenhalten. Hm. Und... ... um zu halten. Und um meine Haare zu halten. Hm. Hm. Wir werden uns finden Kenny, ich will dir helfen. Wenn wir hier bleiben, da ist alles voll gerannt mit Zombies. Keine Ahnung, wir haben eh kein Essen daher, wir sind eh schon weit im Norden. Wir haben ein Auto einfach hier. Das ist zwar Kälte und das alles, aber dafür sind die Zombies dann auch da bestimmt langsamer oder bewegen sich erst gar nicht oder so. Ich bin voll dafür. Wellington! Dann. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten, klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.